Die neue Woche hat begonnen und enttäuscht. Zumindest mal diejenigen, die bullisch unterwegs sind, nach wie vor. Es gibt immer noch nicht wirkliche Anzeichen beim DAX zumindest. Fangen wir mit dem mal an. Auf der bullischen Seite hier im Mehrstundenschart oder hier noch ein bisschen kleiner sehen wir schon, aktuell wird das nichts. Noch ist das überhaupt nicht schlimm. Warum nicht? Weil ein Rücksetzer in unsere typischen Bereiche ja sowieso erstmal völlig harmlos ist. Das Einzige, was so ein bisschen Bedenken machen sollte, ist, ist das jetzt eine Bewegung? Weil ich male doch immer gerne sowas hier an in der Richtung. Aber ihr seht schon, wenn das ungefähr so aussieht, sieht es ja noch einigermaßen typisch aus. Und selbst dann bleiben wir hier in unserer eigentlich klassischen Box sozusagen, wo der Markt gerne hinkorrigiert. Also das, was wir bisher gesehen haben, ist zwar jetzt nie super glücksbringend für die bullische Seite. Das wäre sicherlich für viele schöner gewesen, wenn es so ausgesehen hätte. Aber es ist noch nichts Schlimmes passiert. Erst wenn wir hier drunter gehen unter die 61,8, da sollte man sich mal ein bisschen Gedanken machen. Und wenn wir unter der 78,6er Marke sind, das ist bei 15.322, dann ist dieses Bild, dass das hier irgendwie eine schöne Schubbewegung ist und das eine ABC und wir anschließend eine Aufwärtsbewegung haben, bei weitem nicht mehr das besterwartetste Bild. Es ist sowieso ein bisschen eigenartig, was die bullische Seite angeht, wie dieser Verlauf hier insgesamt zu bewerten ist. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir sind ja hier eher dreiwellig unterwegs gewesen, auch das ist wohl eher korrektiv hier. Könnte das sogar eine Flat-Bewegung sein und jetzt nochmal tiefer? Ja, absolut. Also tiefer ist durchaus möglich, aber das wird entschieden, wenn wir sehen, wie er mit dieser Box hier umgeht, ob er da einfach durchfällt oder ob er jetzt hier entsprechend so ein korrektives Muster zeigt und dann da dreht, so ähnlich wie wir das hier auch hatten. Man sieht es ja nicht mehr so deutlich, aber ihr erinnert euch sicherlich an die Situation, die ich ja schon zigmal beschrieben habe. Doch selbst der Rücksetzer ist noch kein Drama. Wir haben die alten grünen Linien hier immer noch, das müssen wir, glaube ich, nicht nochmal breittreten. Bis dahin runter kann es ja sowieso gehen. Also das sollte überhaupt gar kein Problem sein, wenn der Kurs jetzt nochmal hier hinfällt. Also nochmal 10 Prozent ungefähr von dem, was wir jetzt aktuell haben, fänden das viele total unsexy, ist aber immer noch genau im normalen Rahmen. Also das wäre überhaupt kein Drama, nur je tiefer es da drunter geht und insbesondere wenn es da durchgeht, dann würde ich sagen, kippen die Chancen deutlich, deutlich mehr in sogar diese Richtung. Aber bis dahin ist ja noch ein gutes Stück Platz und wollen wir mal nicht hoffen, zumindest mal aus Sicht der Bullen. Ich bin da ja immer relativ neutral, weil in beide Richtungen gegebenenfalls orientiert. Aber für die Bullen ist es sicherlich nicht so toll, wenn der Kurs nochmal weit runter geht. Und wir werden es sehen, hier wird gerade die Musik entschieden, auf welchem Pfade der Markt weitergeht. Das ist natürlich bei den Amerikanern ähnlich, der Dow sowieso relativ ähnlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was der Dow hier jetzt aktuell zeigt, wir haben ja hier immer noch, ich habe die alte Zeichnung mal hier drin gelassen. Ich glaube, die hatte ich am Wochenende hier mal für unsere, ich mache das immer so einen Videobeitrag. Ihr habt es ja gesehen am YouTube, auch auf Englisch, falls ihr des Englischen mächtig seid und das Übergeordnete auch so ein bisschen angucken wollt. Schaut euch das natürlich gerne ebenfalls nochmal an. Ansonsten aber, also auch hier natürlich so die 33.000er Marke, das ist hier quasi das Pandor zu dem, was ich beim DAX gesagt habe. Auch die gilt nicht millimetergenau. Wenn es dann 32.500 wird, ist das kein großer Unterschied. Wenn es wohl nur 34 sind, wäre es vielleicht auch noch in Ordnung. Also es muss jetzt nicht so tief runtergehen, aber aktuell ist Kauflaune nicht wirklich angesagt. Das wird sich dann ein bisschen bestätigen. Bleiben wir mal im Kürzerfristigen. Wir wollen jetzt nicht das Langfristbild nochmal durchkauen. Je mehr es stark in die Richtung geht und wackerlich in die Richtung, ist sie mit Kaufen noch lange nicht angesagt. Und das, was wir hier bisher sehen, ist ja noch ganz schön heftig in eine Richtung. Jetzt kann man vielleicht noch darauf hoffen, darauf setzen, dass es so ein halbwegs ein Dreiweller hier ist. Es ist aber wenig strukturiert und deshalb die Aussagekraft nicht so hoch. Also ein bisschen eine Chance für Bullish gibt es noch, wenn wir da bei der 36.000 nochmal durchgehen. In etwa, das ist, nee, was ist es, 36.000, bleiben wir einigermaßen genau, 300 in etwa. Aber so richtig toll ausgeprägt als Korrektur, Mittelteil ist das hier jetzt nicht. Das wäre jetzt so ein bisschen ein, ja, so ein Hoffnungsschimmer, den man vielleicht dann noch hat, ob man da vielleicht ein bisschen was tun kann an der Stelle. Aber im Moment ganz klar die Abwehrzeit und ich sehe jetzt nicht aktuell, dass der Markt willens ist zu drehen. Gibt es hier irgendwelche Unterstützungsmarken? Man kann natürlich immer mal in solchen Fällen so ein Fibo mal hinzeichnen und schauen, wo der Markt da ganz gerne mal dreht. Die brauchen wir nicht mehr, ist er durch. Die brauchen wir nicht mehr, ist er durch. Wird der Markt dann diese halten? Es wäre aus meiner Sicht fahrlässig oder unfugt, das dürft ihr euch selber raussuchen, zu sagen, Mensch, da liegt jetzt eine Linie, da dreht der Kurs. Es ist aber zumindest mal ein Angebot im Markt und ich kann mir vorstellen, dass einige charttechnisch orientierte Marktteilnehmer hier mal gucken, was macht er denn? Sprich, hier warten, vielleicht keine neuen Shorties mehr machen oder ihre Short-Position vielleicht schließen, absichern, solche Sachen. Das heißt, es ist eine gewisse Chance, dass der Markt an dieser Stelle dreht. Je mehr Marken auf gleichem Niveau liegen, desto relevanter wird eine Marke. Jetzt können wir mal messen, wie lang war der letzte Rücksetzer. Das war dieser hier zum Beispiel im Verhältnis dazu. Es gibt keine klare, einheitliche Marke und auch diese sind hier jetzt länger. Also die ist noch länger als die. Also insofern ein echtes Cluster und ich mag für solche Fälle immer, wir sagen dazu Cluster, wenn mehrere Marken sehr eng beieinander liegen hier aus verschiedenen, hier dann haben wir hier so einen gewissen Bereich. Je mehr das ist, desto größer die Aussagekraft. Aber auch wenn wir hier mal so eine Extension in den Gegenbewegungen, dann sehen wir schon die und die brauchen wir nicht mehr. Hier unten wäre noch mal so ein bisschen was bei 35.000. Also ich sage mal so, bei 35.000 ist eine gewisse Unterstützung und dann sehr großzügig gesehen in diesem Bereich jetzt hier 35.000. Ich sage mal ganz groß 300, aber plus minus 100, das ist sehr unkonkret. Ich würde mich nicht darauf verlassen. Also das würde ich nicht in den Vordergrund stellen. Oh Gott, da liegt eine Marke, der Kurs dreht da. Man kann hier mal drauf gucken, wenn der Kurs im Laufe des Nachmittags tatsächlich sowas fabriziert. Also nicht nur so wie hier jetzt mühsam nach oben, wackelig nach oben, so halbwegs A, B, C. Das ist meistens kein gutes Zeichen als Gegenmaßnahme. Wenn der Markt aber mal steil hoch geht und dann aber wackelig runter, ja dann haben wir zumindest mal vorläufig noch eine gewisse Chance, dass es da noch mal weiter geht. Also das wäre so ein bisschen das Begehr, auf was man hier jetzt heute Nachmittag achten kann oder sollte jetzt in dem Fall. Also das ist etwas, wo es sich drauf zu gucken wahrscheinlich lohnt. Beim S&P ist das grundsätzlich ähnlich. Auch der ist aktuell tapfer auf dem Weg nach unten und zeigt an, dass die Bewegung nach oben wohl nicht mehr die gute Chance hat, nur so eine kleine Korrektur zu sein. Da habe ich jetzt falsch gezeichnet. Und vom tiefsten Punkt hier, dazu muss ich gleich noch was sagen, bis da oben gemessen, sind wir nämlich schon durch alle Marken durch. Also wir sehen, dass sowas hier nicht mehr so sehr zu erwarten ist. Und es war ja schon sowieso, der Punkt ist niedriger als diese hier, also eher überschneidend, wenn ich mir diese Bewegung angucke. Das sind alles so Zeichen, die eher für ein Ende, ein vorläufiges Ende sprechen. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass das passiert, aber es bedeutet eben, dass jetzt noch nicht Long gegangen werden sollte, sondern vielleicht, wenn diese ganze Phase rum ist, danach erst, wo auch immer das Ganze endet. Aber aktuell ist Long sicherlich nicht die richtige Richtung. Dafür ist dieser zu weit runtergelaufen. Es hat sogar ein bisschen was Fünffälliges, was wir hier sehen, wollen wir es nicht überbewerten. Lange Fünfte gibt es, das sind Fifth Wave Extensions, sagt man dazu. Das ist nicht untypisch, nicht jetzt super, also ist nicht das meiste, aber es kommt regelmäßig eben vor. Und wenn der Kurs jetzt in den nächsten Stunden mal irgendwie sowas fabriziert oder alternativ halt auch nur von mir aus eine A, B, C und dann da durchgeht, dann bin ich mutig genug, hier von einer weiteren Fortsetzung nach unten auszugehen. Und selbst dann wären wir hier insgesamt immer noch in einer Seitwärtsbewegung, hier in der Seitwärtskorrektur. Also ihr seht, es sind im Moment noch keine großen Gefahren da. Es besteht natürlich die Chance, dass der Kurs so langsam aber sicher dem Ende entgegen geht. Die Gefahr besteht immer, deshalb warne ich immer. Hier habe ich das jetzt nicht eingezeichnet, aber ihr erinnert euch, hier beim DAX und beim Dow habe ich hier diese Box eingezeichnet. Das gilt natürlich grundsätzlich beim S&P auch. Auch hier haben wir die Chance, dass es noch mal zumindest noch mal deutlich runter geht. Und jetzt male ich mal den Teufel an die Wand. Das wäre noch fast das bullische Bild. Es wäre sogar auch noch mal möglich, dass wir hier unten runter gehen, auch wenn sich das viele jetzt nicht nur nicht wünschen, sondern auch kaum vorstellen können. Aber ich glaube, jetzt an der Stelle nur aufgrund dieser Bewegung davon auszugehen, Leute, ich verkünde euch das Unheil des Tages oder des Jahres, das wäre jetzt ein bisschen arg weit hergeholt. Aber natürlich die Gefahr besteht, es gibt genügend Baustellen auf der Welt, wir haben häufig darüber gesprochen, die auch solche Extremszenarien möglich machen. Ich hatte heute jetzt in der Nikkei Shimbun, das ist quasi das Handelsblatt der Japaner, gelesen. Ich glaube, heute war es oder ich weiß nicht, wann es war, kann sein, dass es ein, zwei Tage alt war. Aber da war ein Bericht drin, ob es nicht sinnvoll wäre, die Chip-Technologie in Taiwan komplett zu zerstören, damit die nicht in chinesische Hände fällt, wenn China kommt. Also jetzt natürlich nicht, die Japaner haben nicht gesagt, macht sie doch jetzt schon mal kaputt, sondern haben gesagt, bereitet euch vor, wenn die Chinesen einmarschieren, dass ihr quasi nur noch den Nothammer drückt und damit eure ganzen Dinger, Anlagen da zerstört. Auch natürlich als eine Ankündigung, damit China nicht das als Motivation hat, wir brauchen die Chips von TMSC und haben dann, nee, heißen TSMC oder wie rum auch immer, also dieses Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company, so rum heißt es, dass man nicht noch ein Lock-Argument hat, oh, wenn wir da Taiwan besetzen, dann kommen auch diese modernen Chips in unsere Hände, sondern damit das eben nicht ist. Also wir sehen, da wird schon ziemlich hart im Moment gekämpft, unter der Tischkante noch und dementsprechend, wenn das irgendwann mal tatsächlich eskalieren sollte, sind solche Szenarien gar nicht so weit weg, wie China für viele von uns scheint, denn die Lieferketten-Problematik wird sich dann natürlich global enorm auswirken, da machen wir uns nichts vor. Wenn China und Amerika im offenen Konflikt sind, in der Taiwan-Frage beispielsweise, wird das enorme Auswirkungen haben, auch auf den Hightech-Sektor, und wir wissen, dass der Nasdaq und der S&P ja ganz schön Hightech-lastig sind. Der Nasdaq natürlich per se, der S&P nicht so sehr per se, allerdings sind die Schwergewichte dort die Marktbestimmer. Der Nasdaq ist natürlich aus den Titeln dieser Branche eben zusammengesetzt und wir sehen, aktuell ist da noch nicht wirklich gute Stimmung angesagt. Noch ist das, was wir hier haben, einigermaßen okay im Sinne dieser Geschichte. Aber wir kommen in den Grenzbereich. Ihr erinnert euch, dieses ist immer die Kiste. Mir geht es dabei jetzt nicht so sehr darum, ob die Kiste weiter vorne oder hinten ist, aber ein bisschen über 38, ein bisschen unter 61, das ist alles okay. Und wir sind jetzt ein bisschen unter 61, noch ist nichts passiert. Wenn der Kurs jetzt das macht, würde man sagen, ja, ist eine normale Korrektur und wenn sie noch ein bisschen tiefer geht auch. Aber je mehr wir jetzt noch nach unten hier gehen und auch diese Marke durchstoßen, desto weniger realistisch ist dieses hier. Ich habe dazu so ein paar Statistiken, die ich hin und wieder auch mal zeige. Ich will es euch jetzt nicht antun. Aber die zeigen beispielsweise, dass der Prozentsatz, dass der Kurs hier runter geht, so tief und danach der Schub wieder direkt nach oben, der liegt bei um die 5 bis 10 Prozent, 7 Prozent, 8 Prozent. Es gibt verschiedene Szenarien dazu, aber ich sage mal unter 10 Prozent. Es ist dann immer noch nicht unmöglich, aber nicht mehr das, wo man sagt, du bin mir ganz sicher. Das sollte man in dem Fall wohl nicht sagen. So, also ihr seht, im Moment ist es die Abwärtsrichtung. Wenn der Markt jetzt hier als nächstes, was ich gar nicht so unschick finde, ein solches Szenario hier zeigt, also irgendwie wackelig nach oben, immer wackelig, wenn wir eine starke Bewegung nach unten haben und dann geht es irgendwie wackelig nach oben oder A, B, C nach oben. Wenn ihr es nicht erkennt, wenn ihr sagt, hier war ich mir nicht sicher, was meint ihr, wie oft ich mir da nicht sicher bin, wenn ich mir nicht sicher bin, mache ich halt keinen Trade, habe ich halt was verpasst, vielleicht in einem anderen Markt. Aber wenn es gut aussieht, wenn man sagen kann, hey, das ist doch ein klassisches Korrektivmuster, dann eben sagen, dann kann ich da wieder einsteigen und dann bin ich da ein Teilstück eben mit dabei. Selbst wenn ich nicht weiß, ob jetzt das hier passiert, machen wir mal das ganz Extremszenario, oder 20.000 plus, zumindest mal hier auf dieser Strecke bin ich ein Teilstück wieder mit dabei. Und die Bullen, die Langfristbullen, wissen, ja, noch ist alles okay, aber so langsam, aber sicher müssen wir uns auf eine Nummer größer einstellen, denn wenn das hier tatsächlich folgt, dann ist ja mindestens das hier nochmal dran und damit müssen wir dann akzeptieren, dass das nächste Tief halt nochmal angesteuert wird, was nicht untypisch ist, aber die 14.000er Marke ist dann eben in Griffweite nochmal. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, wir bleiben am Ball, liebe Grüße, bis zum nächsten Beitrag. Bis zum nächsten Mal.